Und da bin ich wieder in meiner Geburtsstadt, in Lüttich. Dort hat nach meiner Zeit ein Wissenschaftler, ein Physiker, ich ziehe vor ihm den Hut, sich für genau das begeistert, was unseren Augen verborgen ist. Ich meine Joseph Plateau. Er interessiert sich für optische Illusionen. Betrachten Sie diese Zeichnungen. Sie scheinen identisch zu sein, sind aber kaum merklich verschieden. Um mit der Nachbildwirkung der leuchtenden Bilder zu experimentieren, dekoriert Plateau Scheiben aus Karton, in die er in regelmäßigen Abständen Schlitze stanzt. Dreht man die Scheibe und betrachtet durch den Schlitz die in einem Spiegel reflektierte Zeichnung, hat man wirklich das Gefühl, dass die Zeichnungen beginnen, sich zu bewegen. Zum ersten Mal werden Bilder lebendig, um es mal so auszudrücken, durch rein optische Effekte und nicht durch mechanische. Das ist eine Revolution. Charles Baudelaire, der Dichter der Blumen des Bösen, ist noch Jahre später beeindruckt von diesem philosophischen Spielzeug, so seine eigenen Worte. Dieses Spielzeug ist das Phänakistiskop, das Wunderrat. Es wird eine außerordentliche Mode. Ein englischer Hersteller hat sogar mehrere Scheiben von Plateau in den Handel gebracht, für die er sich von mir den Namen Phänakistiskop auslieh. Eines Tages im Sommer 1829 starte Joseph Plateau in die Mittagssonne und hielt das 25 Sekunden aus. Er wollte verstehen, was das Licht ist. Er sah nichts mehr. Aber zum Glück kam seine Sehfähigkeit zurück. Doch 1843 wird Plateau völlig blind. Trotz allem arbeitet er noch 40 Jahre weiter. Ein Blinder, der sich für die Optik begeistert. Welche Ironie. Ach, ich auch. Hätte Daguerre meine Züge auf eine Kupferplatte bannen können, würden Sie heute mein wirkliches Gesicht sehen. Das Verfahren, das Joseph Plateau entwickelt hat, führt zum Zootrope des Englenders William George Horner zur Wundertrommel. Die Folge von Zeichnungen ist nicht auf eine Scheibe geklebt, sondern im Inneren eines Zylinders verteilt, der in gleichen Abständen senkrechte Schlitze hat. Ich brauche nur den Zylinder zu drehen und das Bild bewegt sich. Illusion. Aber der Hauptvorteil des Zootrops ist die Möglichkeit, die Bilder zu mehreren zu betrachten. So war es schon immer in meinen Fantasmanerie-Vorstellungen gewesen. Es hilft nichts. Wie Sie sehen, bin ich immer noch da. Im Hintergrund. Wenn man aus der Geschichte erzählt, können Jahre wie ein Blitz vorübergehen, wie durch den Spalt des Fenachistiskops oder des Zootrops. Tak, tak, tak. Ich, Robertson, habe das Ancien Regime erlebt. Die Französische Revolution, das Direktorium, das Französische Konsulat, Napoleon und die Restauration. Nach meinem Tod kam das Zweite Kaiserreich und Paris wurde eine moderne Stadt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nach dem genialen Physiker Joseph Plateau betritt Emile Renault die öffentliche Bühne. Naturwissenschaftler, Dichter, Küftler. Emile Renault hat als Vorführer der Laterna Magica gearbeitet. Er glaubt an die Unterweisungen mit Bildern, an die bebilderte Wissenschaft. Er ist weitaus vernünftiger als ich es war. Mit einer leeren Keksdose bastelte Emile Renault eines Tages ein neues Gerät. Das Praxinuskop. In der Mitte eines Zylinders befindet sich ein Spiegelprisma. So spiegeln sich diesmal die auf einem Papierstreifen gedruckten Bilder auf jedem einzelnen Spiegel. Dies verringert die Dunkelpausen zwischen den Bildern und damit auch das Ruckeln. Schärfe und Leuchtkraft sind erstaunlich. Mit der Weltausstellung von 1878 kommt der Erfolg. Renault zieht hinter Pigalle, in das Viertel, in dem ich schließlich meinen Vergnügungspalast eingerichtet hatte. Die Wohnung wird seine Fabrik. Er schließt einen Vertrag mit einem Fabrikanten aus Nogent-sur-Marne über die Metallteile, mit einem Spiegelfabrikanten über die Facetten des zentralen Spiegels, mit einem Lithographen über die Reproduktion der Bilderstreifen. Die Bestellungen kommen aus Frankreich, Belgien, England und Deutschland. In ein paar Jahren werden hunderttausend Praxynoskope verkauft. Clowns und Akrobaten, Löwen, Knappen und Badende laden sich ein, in die Salons und die Speisezimmer. Die Entwicklung des Theater-Praxynoskops bringt eine weitere Verbesserung. Ein zusätzlicher Spiegelsatz ermöglicht es, die Handlung vor einen Hintergrund zu setzen. Aber die Bewegung ist immer die gleiche, eine unendliche. Die folgende Szene spielt sich zwei Jahre später in Paris ab. Am 26. September 1881 in einem ganz neuen Gebäude oberhalb der Jardin du Trocadero. Heute könnte man von dort den Eiffelturm sehen. In der Zwischenzeit hatte sich die Fotografie durchgesetzt. Sie begeistert sogar Wissenschaftler wie Jules Marais. An jenem Abend gibt der Forscher einen Empfang zu Ehren von Edward Maybridge, einem großen Fotografen, der aus Amerika gekommen war. Ich bin unsichtbar. Also mische ich mich unter die Gäste. Man sieht, dass Maybridge aus der neuen Welt kommt. Endlich jemand, der in großen Dimensionen denkt. Gibt es während des Galopps beim Pferd einen sehr kurzen Augenblick, bei dem sich alle vier Hufe in der Luft befinden, als würde das Tier fliegen. Nur darum geht es in diesem Moment. Maybridge beantwortet die Frage mithilfe der Fotografie. Dank des Vermögens des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien, Leland Stanford, konnte er in Palo Alto ein Freiluft-Fotostudio errichten. 24 Fotoapparate stehen in einer Art Schießstand. Jeder macht ein Foto in zweihundertstel Sekunden. Maybridge lässt ein Pferd vor einer weißen Wand laufen. Bei jedem Schritt zerreißt das Pferd einen Draht, was das Auslösen eines der Fotoapparate bewirkt. Nachdem er die 24 Fotografien gezeigt hat, die die Bewegung eines Pferdes im Schritt, im Trab und im Galopp abbilden, erweckt er das Tier dank der Projektion mit seinem Zoopraxiskop zum Leben. Auf den Wänden der Wohnungen beim Trocadero galoppieren die Pferde, dann Esel, Ziegen, Schweine. Auch menschliche Wesen nehmen an den Rundtänzen teil. Edward Maybridge drückt sich in Shakespeare-Englisch aus. Er hat London mit 22 Jahren verlassen. Der Mann ist ein Abenteurer. Er hat den Krieg gegen den Indianerstamm der Mordok fotografiert. Eines Tages ging er zu dem, den er verdächtigte, der Liebhaber seiner sehr jungen Frau zu sein. Und er schoss ihn kaltblütig mit einem Schuss aus seiner Smith & Wesson. Er will nicht die Illusion von Leben neu schaffen, sondern die Bewegung analysieren, zerlegen, auflösen. Dazu konstruiert er mehrere Hochgeschwindigkeitsblenden. Er fängt Tiere, er dirigiert Modelle, Ringer, Schmiede, Sportler oder Spieler. Dieser ehemalige Athlet, der sich nackt zur Schau stellt, ist Maybridge. Arnische, das ist eine Revolution. Charles Baudelaire, der Dichter der Blumen des Bösen, ist noch Jahre später beeindruckt von diesem philosophischen Spielzeug, so seine eigenen Worte. Dieses Spielzeug ist das Phänakistiskop, das Wunderrat. Es wird eine außerordentliche Mode. Ein englischer Hersteller hat sogar mehrere Scheiben von Plateau in den Handel gebracht, für die er sich von mir den Namen Phänakistiskop auslieh. Eines Tages, im Sommer 1829, starte Joseph Plateau in die Mittagssonne und hielt das 25 Sekunden aus. Er wollte verstehen, was das Licht ist. Er sah nichts mehr. Aber zum Glück kam seine Sehfähigkeit zurück. Doch 1843 wird Plateau völlig blind. Trotz allem arbeitet er noch 40 Jahre weiter. Ein Blinder, der sich für die Optik begeistert. Welche Ironie. Ach, ich auch. Hätte Daguerre meine Züge auf eine Kupferplatte bannen können, würden Sie heute mein wirkliches Gesicht sehen. Das Verfahren, das Joseph Plateau entwickelt hat, führt zum Zootrope des Englenders William George Horner zur Wundertrommel. Die Folge von Zeichnungen ist nicht auf eine Scheibe geklebt, sondern im Inneren eines Zylinders verteilt, der in gleichen Abständen senkrechte Schlitze hat. Ich brauche nur den Zylinder zu drehen und das Bild bewegt sich. Illusion. Aber der Hauptvorteil des Zootrops ist die Möglichkeit, die Bilder zu mehreren zu betrachten. So war es schon immer in meinen Phantasmagorie-Vorstellungen gewesen. Es hilft nichts. Wie Sie sehen, bin ich immer noch da. Im Hintergrund. Wenn man aus der Geschichte erzählt, können Jahre wie ein Blitz vorübergehen, wie durch den Spalt des Phänakistiskops oder des Zootrops. Tak, tak, tak. Ich, Robertson, habe das Ancien Regime erlebt. Die Französische Revolution, das Direktorium, das Französische Konsulat, Napoleon und die Restauration. Nach meinem Tod kam das Zweite Kaiserreich. Und Paris wurde eine moderne Stadt. Eine unendliche. Die folgende Szene spielt sich zwei Jahre später in Paris ab. Am 26. September 1881 in einem ganz neuen Gebäude oberhalb der Jardin du Trocadero. Heute könnte man von dort den Eiffelturm sehen. In der Zwischenzeit hatte sich die Fotografie durchgesetzt. Sie begeistert sogar Wissenschaftler wie Jules Marais. An jenem Abend gibt der Forscher einen Empfang zu Ehren von Edward Muybridge, einem großen Fotografen, der aus Amerika gekommen war. Ich bin unsichtbar. Also mische ich mich unter die Gäste. Man sieht, dass Muybridge aus der neuen Welt kommt. Endlich jemand, der in großen Dimensionen denkt. Gibt es während des Galopps beim Pferd einen sehr kurzen Augenblick, bei dem sich alle vier Hufe in der Luft befinden, als würde das Tier fliegen? Nur darum geht es in diesem Moment. Muybridge beantwortet die Frage mithilfe der Fotografie. Dank des Vermögens des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien, Leland Stanford, konnte er in Palo Alto ein Freiluft-Fotostudio errichten. 24 Fotoapparate stehen in einer Art Schießstand. Jeder macht ein Foto in zweihundertstel Sekunden. Muybridge lässt ein Pferd vor einer weißen Wand laufen. Bei jedem Schritt zerreißt das Pferd einen Draht, was das Auslösen eines der Fotoapparate bewirkt. Nachdem er die 24 Fotografien gezeigt hat, die die Bewegung eines Pferdes im Schritt, im Trab und im Galopp abbilden, erweckt er das Tier dank der Projektion mit seinem Zoopraxiskop zum Leben. Auf den Wänden der Wohnung beim Trocadero galoppieren die Pferde, dann Esel, Ziegen, Schweine. Auch menschliche Wesen nehmen an den Rundtänzen teil. Edward Muybridge drückt sich in Shakespeare-Englisch aus. Er hat London mit 22 Jahren verlassen. Der Mann ist ein Abenteurer. Er hat den Krieg gegen den Indianerstamm der Mordok fotografiert. Eines Tages ging er zu dem, den er verdächtigte, der Liebhaber seiner sehr jungen Frau zu sein. Nach dem genialen Physiker Joseph Plateau betritt Emile Renault die öffentliche Bühne. Naturwissenschaftler, Dichter, Tüftler. Emile Renault hat als Vorführer der Laterna Magica gearbeitet. Er glaubt an die Unterweisungen mit Bildern, an die bebilderte Wissenschaft. Er ist weitaus vernünftiger, als ich es war. Mit einer leeren Keksdose bastelte Emile Renault eines Tages ein neues Gerät. Das Praxinuskop. In der Mitte eines Zylinders befindet sich ein Spiegelprisma. So spiegeln sich diesmal die auf einem Papierstreifen gedruckten Bilder auf jedem einzelnen Spiegel. Dies verringert die Dunkelpausen zwischen den Bildern und damit auch das Ruckeln. Schärfe und Leuchtkraft sind erstaunlich. Mit der Weltausstellung von 1878 kommt der Erfolg. Renault zieht hinter Pigalle, in das Viertel, in dem ich schließlich meinen Vergnügungspalast eingerichtet hatte. Die Wohnung wird seine Fabrik. Er schließt einen Vertrag mit einem Fabrikanten aus Nogin-sur-Maren über die Metallteile, mit einem Spiegelfabrikanten über die Facetten des zentralen Spiegels, mit einem Lithografen über die Reproduktion der Bilderstreifen. Die Bestellungen kommen aus Frankreich, Belgien, England und Deutschland. In ein paar Jahren werden hunderttausend Praxinoskope verkauft. Clowns und Akrobaten, Löwen, Knappen und Badende laden sich ein in die Salons und die Speisezimmer. Die Entwicklung des Theater-Praxinoskops bringt eine weitere Verbesserung. Ein zusätzlicher Spiegelsatz ermöglicht es, die Handlung vor einen Hintergrund zu setzen. Aber die Bewegung ist immer die gleiche. Sie sind in die Schmerzen erläutert. Die Check-点 haut, die an der Pfingelskops für die Handlung zu finden. Und die An chaquefänge in der Pfingelskops